ARD Text im Auftrag von Funk Die Tür rau aber zu Jetzt rote Connection, jetzt geht es nochmal Jetzt gehts Irgendjemand hat das neben mir gespawnt Ja, wo ich bin was Nee, jetzt kannst du wieder nicht rausholen Ich schleiche wieder hin Da bin ich hin Sehen Sie nicht da? Ich schleiche schon mal als vorne hin Bei mir hängt, dann stehe ich sie aufgrund Wer ist da an der Tür? An der Tür ist noch keiner Doch, dann geht irgendeiner in die Tür rein Mit der Axt Ich noch nicht, ich nicht Da macht ihn kalt Ich kann meine Waffe auch noch raus holen Naja, ich sie ihn noch So, jetzt, jetzt kann ich meine Wacht Der sie direkt hier vorne an unserem Haus Der hat aber nur eine Axt, ich geh mal hin Lassen bloßen Combat Locken mit all dem Scheiß Wenn er nur Axt hat, dann hat er noch keine Wacht Wie kann man theoretisch hingehen? Ich bin schrubendet Ich bin nicht, ich bin nicht Ich bin nicht, ich bin nicht Ich bin nicht, ich bin nicht Guck, du links, du rechts Pass auf, du, das ist ja Axt, okay Pass auf, du, das ist ja Axt, okay Er schießt noch Gott, geht doch nicht so, dann wieder Combat Locken Dann hat er all den Loot bei sich, einfach Gnadenlos erschießen Was sieht denn aus? So, wo wir eine Druck dran Ach, du leckst Ach, du leckst Pass auf, ich gehen rennen Pass auf, ne, bitte Das weg War doch klar Ey, das Problem ist schon nur von der Ecke sie nicht Konnten mit Du darfst, du darfst nicht anschwitzen, weil Martin, ich konnte nicht erschießen Er schieße Ja, trotzdem, nicht anschwitzen Dann ist er gleich draußen Das ist nämlich ein Zeichen für Leute, dass da jemand ist Combat Lock, Faggots, fertig Sag, Guess Jetzt ist er weg, mein Blut Oh, das war ein klassischer Serverhub Bei einer von den zwei Methoden Lolit noch Feuerwehr-Axt Wer ist jetzt wo? Ich bin hier in der Gefängnis dran Und? Surprise, surprise Ich habe meine Axt gefunden Hier ist ein grüner Rucksack Ich gehe jetzt auch ins Gefängnis rein Ich hoffe, dass du Kästsau bist So, ich habe hier, Alter, wir spornen direkt neben mir Hier steht die Hände mit mir Das könnte kein sein, das könnte kein sein Genau, Mann kalt Der steht direkt neben mir Ich komme durch die Tür rin Ich habe ihn abgeknallt Der steht direkt neben mir, der ist direkt bei mir gesporned Alles knaschen Ja Ich komme hoch, Joosten, ich komme hoch, Joosten, ganz gechillt Wir sind hier oben mit der Wage drin Nun, Scope haben wir stehen weg Ich komme jetzt drin Ja, alles klar, hier liegt er Ey, ich lege einen Pissl raus mit Wer ist denn du rechts? Wer ist denn du rechts? Wer ist denn du rechts? Ah, okay Hey Wer schießt? Wer schießt? Ich blute Ist ihm Da ohne ist er Drecksack, der ist am Hangar, der ist am Hangar Geh mal da weg Ich versuche es, ich habe die Musik Ja, mach du, mach du Oh Gott, das hat sich aufgehungen bei mir Ne, bei mir geht es Lass mich mal da weg, dass ihr schießen könnt Danke Ich gehe hier an das Fenster Der ist da am Hangar Wo bin ich auch in der Hangar oder? Der ist am ersten Hangar, da ist er gerade reingegangen Ich habe ihn vorbeigeschossen Ich habe ihn vorbeigeschossen Wo, wo, wo lebst du noch? Ich lebe noch Verbinde ich Der ist am Hangar, mir haben aufgepasst Der geht doch nicht raus Ey, nicht bewegen, okay? Oh, dort, dort, dort Ich habe ihn gesehen, der steht auf dem Äh, der rennt gerade Richtung Hangar Ich habe ihn angeschossen oder was auch immer Falls ich getroffen habe Ich gehe ohne Checker Ich gucke gerade die Treppe runter Ich gehe hin Wer hochgehen will, ist tot Ich stehe hier oben, keine Frage Ist der noch im Hangar drin? Ich lade noch Ich wurde erschossen Ey, ist der im Hangar drin? Höchstwahrscheinlich, ja Erste Hangar, also nicht von uns, sondern von unten der Erste Von uns der Zweite Jaja, von uns der Zweite Mit was hat denn der etwa geschlossen worden mit dem M4? Hat der mit einer M4 geschlossen oder was war das? Mit einer Pistole Mit einer Pistole, gut, dann ist ja nicht so stark eigentlich Wir sind doch heute an uns Wir haben auch beide eine M4 und auch Schalke denn Ich gehe hin am Hangar lang Bevor hier irgendeiner von dem Hangar läuft, sagt er mir Bescheid, sonst ist er tot Ja, alles klar, ich gehe hin am Hangar lang, alles klar Ey, das sag ich nur sobald vorne dran Sobald ich vorne hingehen, sage ich Bescheid Jus, ich deck dich ohne, dass du keiner durch die Tür rennt Alles klar Ja, rennt doch irgendjemand hin am Hangar rum Ja, ich Gut Ich bin da am Haus, ganz links von euch was das hier Ich gucke von der Seite vom Hangar raus Also, äh, Andis Seite dran, vom Haus aus raus Ist der andere Typ direkt neben mir gespawnt? Ich komme ins Haus drin Habt ihr da was im Haus? Hast du dich mal drin? Nein Doch, da sind Rucksäcke und... Ja, stimmt Rucksäcke Hier, ich leg da jetzt ne Pistol raus, Leute, weil ich die Ammobox wiederhole Oh, oh, der ist im Funkturm Der ist im Funkturm Vielleicht ist das ein anderer Der läuft auf der Straße Ich nicht Feuer frei, Feuer frei Ich hab ihn da angeschossen Ich hab ihn da angeschossen Angeschossen, gut Ich seh jetzt rechts rüber rüber zum Zaun Rechts rüber zum Zaun Rechts rüber zum Zaun Zwischen erster Hangar und äh... Achtung, Achtung, im Funkturm der Lito Der Lito Das sind zwei Leute, okay? Der erste läuft draußen äh, auf dem Feld rum Ich hab den ersten Hangar vorne und hinten im Auge Hintner dran ist der Guggen, ihr müsst hinten dran gucken Vorne dran hat mich Ja trotzdem, ich hab beides im Auge Hintner dran... Ich bin hinten dran Und wie gesagt, passt auf Dass der Kerl euch im Funkturm nicht erwischt Der scheint irgendwie auch Sniper sein oder sowas Sieht mir jemand... Sieht mir jemand Bescheid, wenn jemand vor oder hin am Hangar rausrennt wird? Ja, ja, ja Ich bin am Erste Wer rennt der jetzt? Zwischen Däne 2 bin ich jetzt gerade und gucke immer nach vorne und raus Also... Also in eure Richtung Michi ist ich an die Mosin Achtung Wow, hey, 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 hey Jetzt hab ich mich in der Hangar drin gebackt Okay, alles klar Ich bin im Hangar drin und da ist keiner Welcher Hangar? Erster oder zwei oder? Ja, erster, erster Alles klar Ähm... Da ist der rausgelaufen Und hinten um dem Funkturm rum ist der gechargt Ich weiß nicht, ob er jetzt rausrennt, weil ich hab ihn angeschossen Und der andere ist ja dann womöglich noch... Philipp, soll ich dir aus der Linkback gehen oder so? Ne, warum? Ich weiß was Weil du doch angeschossen bist Jo, bisschen Ey, warum lädt man da jetzt nach? Ist der schwul oder wat? Ich bin schwul, ich schlau doch, okay Verpickte Kackwichse da! Soll ich mitkommen, Philipp? Als erstes dachte ich mir meine Waffe richtig, ne? Oh, hey, wer hat geschossen? Ich nicht Das ist der Revolver, das ist der Revolver, das bin ich nicht Ich wills nicht Ich san' Bescheid, wenn ich schieße mit dem Revolver Ich bin nur am erster Hangar Wer ist denn bevor... Ah, der ist der Philipp, okay Haben mich verlobte Also Leute, dat sind mir nett, die sind am Funkturm Ich geh jetzt in den ersten Hangar Ich steh vorne direkt im Ingang Da schießt die ganze Zeit jemand Also Achtung, Dustin, ich schieß wahrscheinlich auf euch Komm jetzt in den zweiten Hangar, Rabon Ich steh da so im Ingang Ja, ich seh'n dich, ich seh'n dich Ich seh'n deinen Rucksack Fuxi Guck mal, wenn du hier links die Mauer da entlang guckst Richtung Zaun vom Funkturm Da ist er eben durchgelaufen Hinten dran Links am Zaun? Ja, also jetzt hier von dem Funkturm, gell? Da ist hier so ne Mauer und hinten dran ist so ein Zaun entlang Das ist auch ne Mauer Ne, das ist auch ne Mauer, kläglich Ja Hallo Oi Hast du doch gestöhnt? Ja, du bist doch gestöhnt Ja, ich bin am Stöhnen Martin? Ja Kann ich du ganz rechts ausrum lang laufen? An der Hangar vorbei, mein ich jetzt Ich, ich könnt Ne, ich muss meine Waffen nur laden Ich hab Probleme grad mit dem Revolver Ich könnt Ablenkungen machen und könnt voll durchcharge Jo, toll, dann bist du gleich dort Ne, ne, mit Fäustscher, weil dann ist denk ich etwas schwieriger mich zu treffer, ne? Ich würd's eigentlich nicht sagen Ich würd's nicht machen Sitzt der Uhr auf dem Foto? Ja, ja, der liegt Besser, besser, ich seh'n dich Ich geh mal hinten rum und versuche mal aus der Distanz zu holen Der zieht auf uns Oh, der zieht auf uns Oh, der zieht auf uns Ich komm runter, Martin Ich geh jetzt raus Und dann geh ich Er ist immer noch da Will ich nicht da oben bleibe eigentlich, naja gut Mach was du willst Oh, der zieht auf mich Der zieht auf mich Der zieht auf mich Nicht rausgehen, die Reborn Ja, ja Nicht rausgehen Nicht rausgehen Just nicht, bleib bei dir Ich, ich charge jetzt hier hinten rum Der kommt runter, der geht runter, der geht runter Zugriff, Zugriff Wo kommt der wo nach? Ich geh rechts am Hangar vorbei Alles klar, dann geh ich links Also ich hab links der Hangar im Blick, okay? Gleich Ich bleib rechts hinter der Mauer Ich bin jetzt vorne an der Mauer So, ich bin jetzt gleich am 2. Hangar hin, ne? Ja, ja, wir stehen beide an der Mauer Denkst du nicht? Warum lädt der jetzt noch? Heilige Scheiße Ist der im Funkturm noch im Funkturm? Er ist noch runtergerannt Er ist noch runtergerannt Also den Funkturm hab ich voll im Blick Da ist keiner, ne? Ich geh links Ich geh links am Funkturm vorbei Ich geh dann im Häuschen vorbei Hey, stopp, stopp! Wer ist im Haus drin? Niemand Ich nicht Im Haus nicht Der ist gerade am Treppenhaus, okay? Beide, glaube ich Beide gerade am Treppenhaus Ich kann dir nicht sagen, ich hoffe Im Funkturm, im Funkturm Im Funkturm Im Funkturm, gut Läuft jetzt wieder hoch Ich komm jetzt an der 2. Hangar hin Läuft jetzt wieder hoch Ich hab ihn in der Fenster quasi Ist oben wieder im Funkturm drin Achtung Ich stehe jetzt direkt neben dem Funkturm Der eine ist noch auf der Treppe Und der andere ist im Funkturm Oben drauf Sind beide wieder unten Oh, hey, 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 hey Ich schieße, ich schieße, ich schieße, ich, 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 ich Wer ist denn das da? Ah, das ist Ramon und Philipp Genau Ich schieße Ich bin hier hin am zweiten Hangar, ich gucke da Ich sag ihm Bescheid, wenn ich jemand aus der Tür rauskomme Geht, geht, geht vor die erste Tür Weil die sind beide noch im Hangar, äh, in dem Funkturm drin Dann könnt ihr sie vielleicht kriegen. Ich kann oben gehen. Nein, am besten wenn ihr vor die Tür geht, weil dann kann ich sie vielleicht rauslocken. Dann könnt ihr sie da wegschmerzen. Alter, der steht auf der Treppe. Wer geht da gerade die Leiter hoch? Ich bin die Leiter hoch. Hört ihr mir nicht zu. Pass auf, der ist da oben drin. Fuxi. Ne, wir sind jetzt beide im Treppenhaus. Der eine könnte jetzt wieder hochkommen. Soll ich mal mein ganzer Revolver? Der ist oben, der ist oben. Das ist der Fuxi. Der ist ganz oben. Das ist der Fuxi. Ja, sorry. Jetzt. Schnauze, ich geh jetzt rein. Einer ist im Treppenhaus Fuxi. Steht doch im Treppenhaus. Hey Schlampe. Einer ist tot. Ich seh dich, Ramon. Ne, der ist nicht tot. Der ist gerade der Dings ohne dir. Der ist schon gerade aus der Wand rausgepackt. Fuxi, der ist nicht tot. Der andere kommt jetzt die Treppe hoch. Der andere kommt jetzt die Treppe hoch. Steht da an der Ecke. Pass auf, der ist genau da drunter. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn schon in einer an der Treppe angeschossen. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe oder was auch immer. Ist der unter der Treppe oder auf der Treppe? Ne, der ist auf der Mittelstufe. Auf der Mittelstufe, genau. Alter. Adrenalinschub ohne Ende. Mir pumpt das Herz wie noch was. Ich bin euer Eagle Eye. Ich seh ihn im Moment nicht. Ne, ne, Philipp. Ich geh von der anderen Seite. Ich komm von ohne. Schieß immer so. Und dann kommst du von hinten und rennst nur hin. Oder Fuxi. Warte mal, warte mal. Andere Methode. Ich schieß einfach mal durch die Fenster durch. Vielleicht geht er dann irgendwo hin. Hat ihr den Ausgang unten die Tür? Habt ihr die im Blick? Jaja, die hab ich. Ich steh direkt vorne dran. Okay, ich schieß jetzt in die Scheibe rein. Ich weiß nur nicht, ob der Kerl noch lebt. Das ist das einzige Problem. Einer lebt noch. Der ist tot, der ist tot, der lebt. Ne, einer ist tot. Der andere nicht. Der auf der Treppe ist kaputt. Alles sind tot. Chill down. Alles sind tot. Woher weißt du, dass das jetzt alle tun? Ich bin, ich bin unten. Auf der Treppe. Ich komm. Ich bin das, ich bin das. Okay, alles klar. Den Kerl hab ich abgelehlt. Alles safe. Ja, 3 ist Munition. Ich hol alles mit. Ich komm jetzt runter zu euch. Komm, wir treffen auf den Funkturm. Oh, der hat so voll erklärt einen Vier. Die hol ich mal. Ich bin am... Ah, gut, dann krieg ich die Mosin, gell? Okay, okay. Auf jeden Fall. Ich komm jetzt, ich bin jetzt am Gefängnis. Chillt. Ich komm jetzt drin. Ja, ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich komm über die Landebahn. So, was kannst du mir jetzt alles holen? Ey, in nem Kerl liegt... In nem Kerl liegt die Mosin. Muss ich mal gucken. Ich hole mal die... Ah, ich liebe er viel. Wenn das so ausgeht. Ey, das war jetzt aber... Das hat echt Fun gemacht. Muss ich echt zugeben. Das machte Fun. Wow. Äh, ich hole mal ansonsten eigentlich... Was wird's hier... Ne. Äh, kannst du an sich alles raus holen, was er hat? Der hat ein Hofe zu trinken. Wobei, das esse hole ich mit. Das esse hole ich mit. Das esse hole ich mit. Der hat sich selbst gemacht, hat Backpack gemacht. Siehst du das? Jaja, ich weiß. Ich seh ins Improvised Backpack. Ich komme jetzt rein. Alles klar? Jo. Alles klar. Äh, da ist der Bug mit dem Loot. Ich hab den Typ ausgelootet. Der hat noch meine Sache. Also loote den Typ der Lolit mit aus. Äh, komm, was kann ich mir jetzt alles hole von dem? Äh, ich habe geholt die M4. Und das komplette Essen. Die Pistole auch. Aber der hat dann noch eine Pistole, die... Ja. Und das Trinkel? Äh, Trinkel nicht. Die Weste? Nein. Den Typ nicht ausgelootet, gell? Der Lolit. Okay, da hol ich mir die Weste. Ich hol mir die Munition raus. Halt die... Halt die... Halt die Munition, kann ich mir holen. Hol die M4 raus. Ey, du schießt einer, glaube ich. Mir schießt keiner. Für mich auch nicht. Ich hab's nur gehört. Nur einer so... Nur einer am Mosienschuss, ganz weit weg. Und die Mosien-Munition kann ich mir holen, gell? Ja, ja. Die Pistole... Ey, da draußen strampelt doch einer rum. Ich bin das, ich läuft hier rum. Ah. Ich geh mal die Treppe runter und sichere ohne, ne? Ich hol die 565er für die M4, okay? Wo ist jetzt die fucking Mosin? Ich geh mal unten drunter, gucke. Ei, danke. Äh, ja. Ne, das ist... Das Ding hat auf der Treppe gelegt. Essentechnisch ist das Tier von dem alles rausgeholt worden. Ich hab alles rausgeholt, den Typ. Weiß weh, nicht so Sache auf ner Treppe raus. So war draus, Lea. Dat ist jetzt schon wieder fort. Ah ja, gut. Ich hab's umgesteckt. Ah ja, gut. Was hat denn der da? Die Leicht hab ich versteckt. Ich hab alles rausgenommen. Versteck die Leicht von dem Typ ach noch, gell? Warte mal, die ist doch noch nicht fertig. Ausgeludet. Das ist noch hier im Gäste. Nein, 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 nein. Das ist noch drin. Das ist normal. Das hat alles drauf und nur nicht. Ich komm hoch. Ich versteck den. Nicht verstecken. Ich hab noch grad Platz. Ich guck mal noch hochgang. Aha, legt. Ist jeder fertig mit dem Body? Ich bin fertig. Ich hab den erstmal rausgeholt. Das war doch. Ja, mir haben halt alles gemacht, so was soll es sich halt weg. Ist schon weg. Äh, ist schon jetzt weg? Ich gewollte nur Munition, kräftig. Wir müssen. Da sind ein Summer Hunter Plans, kann ich mir die Rolle. Ja. Der hatte Munitionsbox, Check-Demokrat hier, Herr Hanna-Datrick. Ich will noch eine Munitionsbox haben, Leute. Ja, ich check die Monika. Ah, nee, das ist der andere, die ich ihm gesteckt habe. So, Ay, Justin, ich schließe draußen hin, weil hier drin hat gerade Ramon die Mosin rausgegeben und ist es verschwunden. Ich geh jetzt raus. Also die Racks muss ich mal noch so drin leeren. Ich geh ins Haus. Ich leg mir jetzt eine Pistol, lege ich jetzt hier raus. Gott, ich brauche mal anderes Oberteil. Dann wäre ich schon eigentlich recht zufrieden. Hier, Martin, ich bin hier. Ich bin in der Maus drin. Ich bin oben im Links und Halle bis zur Ausschau, ne? Hier ist es draußen. Ist Pistole, Munition, Schrot, Flinte und ein M4 drin. Wo ist die Spieler? Wo? Owe, ganz alt, so Owe, draußen. Der gibt sich, der gibt sich. Ich rufe nieder. Sieh, ein Helm oder wo ist er? Oh Gott. Ich wollte zu dem Komma. Der Typ war neu. Jetzt hast du wieder geprezelt. Oh, das ist Zombie. Was hat, was zu herladet der Kerl jetzt eigentlich? Also ich habe auch noch eine Munibox gefunden. Ich komme jetzt drin. Ich sage es noch. Ja, ja, ja. Ich kann die Munibox nicht aufheben. Ich habe den Typ so niedergeschrotet. Sein ganzes Gesicht ist einfach nur geplatzt. Okay, lassen wir uns dran. Was hat er? Ja, der ist neu, sicher. Der hat auch ein Haufen Scheiß. Ja, der hat zu alt, was ich mit der Karte gegeben habe. Ich hole mal die Dings Munition draus. Die Mosi Munition. Ja. Nein, er hat gar keine Mosi Munition. Doch, das ist Päckchen. An der 5,5. 6. Ich hole mal noch ein Medikit. Ja, ich brauche das dann. Ich schaue mal, was er in der Protektor-Case hat. Ich komme mit dir. Ich bin erinnert, ja. Wer stammt jetzt draußen vom Dings-Funk? Ich und Nost. Ich gehe in den Weg. Ihr müsst uns das auch schnell verpissen, man. Hier ist viel zu viel los. Hier steht ein Zombie neben dran. Ich gehe mal ins Gefängnis dran, alles klar? Ich mache den Zombie weg, okay? Ja, wir sind drin, wir sind drin. Da lebt noch ein 30er Magazin und ich habe jetzt ein beiges Oberteil an. Ich bin das. Keine Panik. Ah, okay, alles klar. Hier liegen noch so viele M4-Magazine da oben. Aber keine. Keine. Brauche mal keine. Mit Munition. Ich hole die Munition raus. Ich komme rein. Nein, ich stehe, Owe, ganz gechillt, das bin ich. Ich sehe nur anders aus. Mit dem Verwollwanderern. Wer ist hier mit der Pumpe? Achso, geh hoch, geh hoch. Ich gebe den, komm. Ich habe noch M4-Munition in rauer Menge, gell? Wie gesagt, man kann nie zu viel haben. Hier liegt noch 5, 6, 5, 6. Habt ihr, Fuchs, hast du den Typ ausgelootet? Ich habe denen nur die Bühne weggeschrutet. Ich hole die Magazine mit und mache das später irgendwie. Oh Leute, so, jetzt hört mal zu. Der Typ hier oben auf der Treppe, wo der Fuchsie weggeschrutet hat, hat den irgendeiner ausgelootet? Ich habe die Protektor-Case rausgeholt und ich wollte mal noch checken, was drin ist. Und Medikit habe ich mitgeholt. Ja, der ist ja auch weg, alles gut. Ich schuhl die Munition. Und die Jacke, und die Jackehahn. Ja, warte, die Jackehahn. Der hat nur geladen. Ich schuhl die Munition mit. Und eine Affe, weil der kann ich schon im Stand gleich essen. War da jemand Voicechat? Das war die Husten. Ach, ich habe gefehlt. Essen, essen. Ich habe jetzt nochmal Voicechat-Cat, ich bin in den Dings. Sorry. Aber welchen Ernst gibt es jetzt eigentlich? Ost. Nordosten. Der hat im Protektor-Case im Medikit gehört. Das brauche ich jetzt genüßt. Das ist ruiniert, weil er einfach niedergeschrotet hat. Der Typ ist so cool. Hat sich ja gebt. Ich gucke ihn an. Oh, die Fressleiste in Geballert. So, Munitions-Session ist hier alles draußen jetzt. Boah, steckt die Scheiße in. Ich habe noch vier M4, habe ich einen Rotpunkt im grünen Zustand. Moment, warte mal, das, was ich hier draufhauen, das ist, ja, das ist auch heißen. Also ich brauche eins. Was ist das für Optik? Das ist M68, kommt M2. Das ist das. So, Jan, zwei Bloodbacks und zwei, wie es da da geht. Können wir uns jetzt verpisten, bitte? Ja. Ich würde sagen, wir gehen wieder oben hin an die Tür, gehen dann raus in die Büsche und dann tun wir da sortieren. Das ist alles sehr actionreich, ja. Ich komme jetzt runter. Warum verbissen wir uns jetzt nicht gleich hier? Weil, das hast du auch schon abgecheckt, ne? Ja, wer hat noch gerade noch gelacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch nichts gehört. Ich habe ja selbst, geh hoch, geh hoch. Versteckt euch mal. Ihr müsst in den Ring kommen, dann wird er von niedergeschrotet. Ich habe noch keinen Money drin, gell? Ich gehe nur Nebel in die Zelle ran. Ich schlade nach. Mach die Zelle zu, mach die Zelle zu. Ich schlade nach. Mir ist Oberkenner, ich stehe in Ober. Ja, hat er noch mal hingeguckt, Justen. Hä? Guck mal hin. Ich weiß nicht, ob ich Connection habe. Ich habe Nachladen gedrückt, passiert nichts. Ich bin jetzt aber hier drin, ist nichts. Bis auf der 30er Magazin, das leere. Ey, Fuxi. Fuxi. Ja? Bewegt dich mal bitte nach hinten. Alles klar. Da funktionieren die Spieler schon mal. Ich habe eben mal nachgeladen. Also, ich sehe nichts, wenn ich aus dem Fenster rausgucke. Nicht ohne. Gut, jetzt ist nur die Frage. Lass mich mal hören in die Ecke. Ey, ich gehe dann fertig. Wer ist denn da allein jetzt mit mir, mit der Schrotflint? Das ist halt alle ohne. Ey, ich stehe jetzt an die Tür und gucke links und... Wer sind dort drin? Ich bin das, ich bin das. Du weißt schon, du kannst du durch die Tür schießen. Ich habe da... Oh, ist egal. So, ich zähl bis drei. Okay, warte mal. Lass mal noch den Ramon vorbereiten. Mach doch dein Zwo-Bend. Mach doch dein Zwo-Bend auf, wenn du aus dem Lied schießt. Ich weiß nicht, ob da... Warte mal. Ist egal, mach auf jetzt. Direkt auf drei. Eins, zwei, drei. Warte, ich gehe vor, ich gehe vor. Alles klar. Ich bleibe hin und beim... Scheint frei, ist frei. Renn runter, runter, weg hier. Okay, stellst du so schnell wie möglich weg hier. Wir haben genug Loot. Wir haben genug zum Futteren. Uch, das ist ja zu. Wohin? Hauptsache raus, Lass. Du stellst du so schnell wie möglich noch raus. Hier, bei mir. Ja, toll. Der Moos ihn verloren. Naja, egal. So, ich brauche wohl gleich ein Blub weg. Ich habe Schmerzen. Alles klar. Ich habe noch gelassen. Nee, ich habe schon mal aufgelegt. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Untertitelung des ZDF, 2020